Ich bin Hannah. Ich habe Mathematik studiert mit Informatik im Nebenfach. Ich programmiere, dann bin ich Projektmanagerin, aber auch für so Themen wie Einkauf innerhalb der IT oder die Ausbildung selber verantwortlich. Man programmiert nicht nur im stillen Kämmerlein, sondern eben auch zusammen im Fachbereich und kann da viel Neues lernen. Was ich an dem Job schätze ist, dass wir auch zunehmend mit agilen Methoden arbeiten, tägliche Stand-up-Meetings, wo wir uns kurz absprechen. Was ich super finde ist, dass man hier auch nach einigen Jahren immer wieder was Neues lernt. Man bekommt ziemlich viel Verantwortung. Ich finde es gut hier zu arbeiten, weil man wirklich was bewegt. Man arbeitet nicht einfach nur bei einer Bank, sondern die Bank kümmert sich auch um Themen wie Umwelt oder Nachhaltigkeit. Also ich habe hier nicht nur Kollegen, sondern auch wirklich Freunde kennengelernt. Ich habe hier nicht! Wir haben immer wieder bed successful dette.